Was war der Laguna? Ja, nach Laguna Race 2 war ich sehr entschuldigt. Ich kam hier und dachte, dass ich mein Bestes mache. Ich wusste, dass ich heute ein gutes Ergebnis bekomme. Das Fahrzeug war großartig, das Team hat einen tollen Job gemacht. Race 2 war ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen wärmer war. Es war mehr schlägerlich. Es war schlägerlich. Ich versuchte, dass ich konsistente bin. Ich war nicht so schnell am Anfang, aber ich konnte meine Reise ein bisschen besser als die anderen bis zum Ende. Ich konnte Tom und Sylvain überwinden. Das war ein wunderbar W-Win für mich. Ich bin glücklich, dass ich ein paar Tage relaxieren kann. Ich kann nicht warten, dass ich zurück in meinem neuen Kurs.